Top-10-Sportler auf Instagram. Okay, das machen wir. Der erste ist auf jeden Fall dieser eine Hockeyspieler hier, der Cricket-Spieler da aus Indien. Ich weiß nicht, wie er heißt. Er heißt Virat Kohli und ist Platz 3. Siehst du? Virat Kohli. Virat Kohli. LeBron James. LeBron James ist auf Platz 5. Dann Cristiano Ronaldo, sicher. Platz 1. Messi. Platz 2. Welcher Fußballer hat noch viele? Es sind sicher noch ein paar Fußballer. Ja, sicher, sicher. Warte mal. Guillem Mbappé vielleicht? Genau, Platz 6. Ähm, Steph. Steph Curry, ja, das könnte sein. Platz 9. Platz 9. Oh, Platz 9. 4 fehlen noch, ne? Ja. Ja, dann Fußballer sicher 3, oder? Warte mal, mal irgendein Fußballer. Orland. Nee, nicht auf der Liste. Oh. Hm. Äh, hier ist nochmal der James Rodriguez. Korrekt. Platz 10. Stimmt. Dann sind noch 3 übrig. Und davon sind 2 Fußballer? Platz 7 ist aktuell nicht aktiv. Gesperrt, oder? Skandale. Wo? Skandale. Benzema. Ja, ist gesperrt. Neymar. Genau. Natürlich. Ja klar, Neymar. Natürlich, ja. Und jetzt wahrscheinlich noch ein Argentinier, oder? Argentinier, gehen wir mal durch. Wen hast du denn da alles? Dybala? Ist Dybala, ja? Dybala. Oh, krass. Krass, hätte ich nicht gedacht. Krass. Das wären jetzt die Top 10. Hätte ich nicht gedacht. Krass. Ja. Ja. Ja.